so hallig erlöchen eine weitere herausforderung in watchdogs lesion erwartet mich oder euch je nachdem und zwar sind wir hier in tower hamlets immer noch und da steht freiheitskämpferin retten und das ganze müsst ihr leider erst mal ein bisschen scannerino bis sie dann irgendwann hier mal das war natürlich jetzt gerade also das ganze noch mal die kamera hacken so dann müsst ihr euch hier erst mal den nachkommen her ja genau das meinte nämlich gerade sind außer reichweite ach so ich habe gedacht das kann ich wieder so schön machen also müssen wir da rein tapern ok das sollten wir auch hinkriegen ja hier ja 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 so dann haben wir es erstmal ganz anders geklärt und zwar genau hier müssen wir ja ja genau hier war das was also da Na komm Komm halt drauf immer schön drauf hier das geht nur wenn ich nicht hinsehe so knackerino hier so so genau dann wollte ich hier haben wir das ganze entsperren der hat übrigens hier noch den den netten Code den ich brauche damit wir den Ki haben da wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht hin ich bin jetzt da so ihn erstmal hier ausgeschaltet genau man sollte natürlich in der polizeiwache in der polizeiwache nicht unbedingt hier rum eiern hat aber gerade den vorteil dass ich gerade alles erlegt habe kann man die ganze Wut auseinander nehmen plus dass ihr jetzt diesen netten Herren hier befreit habt so auch wenn ich das eigentlich jetzt gerade ein bisschen schneller in Erinnerung hatte wo ich das beim ersten Mal gemacht habe weil ich das schon einmal so ein bisschen durchgespielt habe damit das so ein bisschen flüssig aussieht ich nehme an dieses arme Schwein sollte irgendwie als schlechtes Beispiel dienen Elbian entscheidet ob du ein Recht auf ein Gerichtsverfahren hast gut dass du da warst das ist die scheiß Wahrheit achso warte mal wo waren hier die Treppe gerade das war's alle unsere erbigen Ziele in Tower Hamlets sind erledigt ha brillante Arbeit echt cool und es hat schon Auswirkungen dieser Kerl hat uns gerade kontaktiert wir sollen ihm dabei helfen die Leute im Bezirk vom Widerstand zu überzeugen triff dich mit ihm das reicht ich bring das zu Ende genug ist genug woran das jetzt gerade so und weg so das war's das war's meine Damen und Herren wir sind jetzt erstmal hier schön geflüchtet bis die uns finden wird das noch ein bisschen dauern äh war jetzt ein bisschen komplizierter als ich das irgendwie in Erinnerung hatte aber egal gibt Schlimmeres äh ich hoffe mal trotz alledem es hat euch gefallen ihr habt jetzt gesehen wie es geht in dem Sinne viel Spaß beim selber machen